hallo ihr wundervollen seelen da draußen willkommen zu einem neuen aktuelle energie video dies ist im grunde der teil 2 meines videos von gestern das verlinke ich euch direkt mal hier oben selbstverständlich alles worüber ich heute spreche worauf ich mich bezug nehme unten in der video beschreibung und da ging es darum no drama bleibt bei deinem fokus auf das was du wirklich willst es ging darum eben nicht mit der ganzen welt mitzuleiden mit den tieren den menschen der erde etc denn das ihr lieben holt uns raus aus unserer wahren energie das passiert sowieso immer mal wieder im leben aber hier geht es eben gerade darum dass wie jetzt im titel dieses videos angekündigt das ego mal wieder so richtig zuschlägt mit einer großen fliegen klatsche und einfach da steht und sagt hey dein licht ist mir viel zu hell lass uns zurückgehen in das alte ich habe so viele kommentare bekommen auf das letzte video ihr könnt ihr gerne mal im letzten video nachlesen und ich bin total dankbar wenn ihr schreibt und ich gebe mir aller größte mühe immer auch zu antworten wenn ihr konkrete fragen habt ich kann natürlich kein coaching machen in youtube kommentaren das kann man dann lieber zu einem anderen privaten zeitpunkt machen aber ich gebe gerne impulse also wenn ihr etwas in die kommentare schreibt zu diesem video zu den anderen videos ich lese sie aktuell noch alle i do my best so ego warum kommt das ego jetzt gerade wieder mit der großen fliegen klatsche ich habe das in den ganzen letzten videos gesagt und es ist massiv wieder spätestens seit der wintersonnenwende ein ganz großes thema wir hatten im letzten jahr so viele wichtige wellen die uns angetrieben haben jetzt im moment sind es eher ja keine richtigen wellen wie ich sie im letzten jahr wahrgenommen habe sondern es geht halt permanent mit der energie rasant aufwärts was zu vielen vielen veränderungen führt innerhalb von familien in einem einzelnen menschen weil plötzlich das bewusstsein aufgeht oder noch weiter aufgeht dadurch natürlich auch konflikte und krisen die sich dann fortsetzen bei der arbeit in der gesellschaft global das ist wichtig wir nähern uns immer mehr diesem wandel in das neue zeitalter sondern wir sind im wandel entschuldigung wir nähern uns immer mehr dem neuen zeitalter so ich schneide die videos ja nicht da müsste jetzt durch und deshalb werden sich nun neben dem rasant ansteigenden licht natürlich auch die schatten zeigen und ich hatte es in den letzten videos schon gesagt habt acht seit achtsam und das ist jetzt der einstieg in diese ego welle dass das ego jetzt so hoch schäumt hat eben damit zu tun dass es massiv angst bekommt vor dieser großen veränderung das ist absolut logisch psychologisch das hört sich immer psychologisch zu erklären das ego ist eine unserer wichtigsten facetten als mensch auf erden wir kommen hier als perfekte leuchtende liebende seelen auf die erde der trick ist ja dass wir uns dann trennen aus dem all eins sein und in die dualität plumpsen und da müssen wir gucken wie wir damit zurecht kommen und in der dualität bedeutet es wir fangen am start an um uns im laufe unseres lebens zu entwickeln und entfalten jetzt sind wir gerade in einer zeit die diese entfaltung massiv voran pusht unterstützt vorantreibt könnte man fast sagen das bedeutet aber ich wiederhole mich da für diejenigen die schon länger dabei sind es gilt im tiefsten inneren ordentlich hausputz zu machen wer das getan hat den erwischen diese ego wellen so ein kleines bisschen wer aber angst davor hat in das innerste zu gucken weil er oder sie glaubt dass da drin die monster lauern der erlebt halt diese extremen ausschläge des egos und ihr lieben bitte noch mal und gerne immer wieder da drin lauern natürlich wenn man das überhaupt lauern nennen kann das schlummern ein paar erinnerungen gute wie weniger schöne aber was soll's wenn wir die weniger schönen in uns begraben irgendwo in den tiefen keller stecken abschließen stuhl unter die klinke stuhl und schlüssel als blockade nehmen also schlüssel wegwerfen stuhl drunter am besten und schrank davor schieben was auch immer wenn wir versuchen die ängste die alten erlebnisse und die damit verbundenen emotionen also gefühle von früher zu unterdrücken kommen sie wie der berühmte kleine springteufel irgendwann ans licht ich hatte heute morgen ziemlich früh ein ganz tolles gespräch mit einer meiner liebsten freundinnen und sie ist so bewusst sie lebt ihren spirit sie lebt ihr licht sie lässt es in ihrem beruf in der familie bei den freunden leuchten und sie glaubt trotzdem noch dass sie sich sehr stark verändern muss um perfekt zu sein erstens perfekt ist hier niemand beziehungsweise alle denn wer sagt schon was perfekt ist das ist der punkt um das ego herum um unsere psychologie herum sind so viele seltsame wissenschaftliche erkenntnisse aufgebaut die überhaupt nicht mehr gelten bei der aktuellen energie die sich immer schneller verändert dass wir das endlich mal ablegen müssen ihr leben ja das ego das haben wir heute morgen eben im gesprächs ausgetüftelt das kam mir so in den sinn möchte ich euch gerne noch mal vorlesen das ego webt einen zauber bahn der uns in der unzufriedenheit hält ja das ist so ein ganz subtiler magischer bahn der uns immer glauben lässt es ist immer noch nicht gut genug wie wir sind was wir tun wie wir denken das ego möchte uns in unserer entwicklung und entfaltung insofern unterstützen dass es mit uns spielt es will keine veränderung es mag keine veränderung das führt dazu dass die meisten menschen echt faul sind und sich überhaupt nicht weiterentwickeln wollen das ego gilt es voller achtsamkeit zu beobachten die buddhisten nennen das den unbeteiligten beobachter ich gehe aus mir selbst heraus auch aus all meinen gefühlen und betrachte mich und meine situation um sie besser einschätzen zu können das ego sorgt wenn wir uns zu schnell und zu stark entwickeln wenn sich die dinge stapeln wenn sie uns überrollen dafür dass wir ins drama fallen ich habe einige tolle videos zum thema drama gemacht ich verlinke euch mal eins hier oben und zwei drei andere unten in der video beschreibung drama ist quasi das stärkste werkzeug neben der puren angst und panik die ein ego erzeugen kann um uns zurückzuhalten in der entwicklung um dafür zu sorgen dass wir erstarren das ist die angst und die panik oder dass wir um uns schlagen wie verrückt weil drama auch aus angst entsteht aber es gibt die erstarrung in der angst und es gibt das drama und das drama zersprengt weil es sich befreien will weil die angst raus will einfach alle ketten alle banne und das führt meistens dazu dass wir mit einem oder mehreren menschen anfangen zu streiten zu kämpfen was partnerschaften zerstören kann beziehungen zu den kindern etc ja oder zu den kollegen oder schlimmstenfalls auch zum chef zur chefin drama ist ein ventil ziel für das ego und jetzt im moment ist halt wieder drama zeit es wird auch von außen noch scheinbar unterstützt aber da gilt wie im letzten video gesagt wo hast du deinen fokus drauf willst du mit den menschen und tieren leiden ob das australien ist oder sonst irgendein thema auf diesem planeten das durch die medien völlig unnötig überspitzt wird oder bleibst du in einer achtsamkeit beobachtest die situation emotion emotionsfrei entspannt mit gelassenheit dahinten ist wieder das sternteil der gelassenheit und kannst dadurch viel besser entscheiden was du wirklich willst und brauchst wenn ihr ein eigenes video dazu haben möchtet was das ego so macht aus meiner sicht und die ist völlig frei von akademischem wissen sondern das ist einfach nur meine persönliche erfahrung mit eben hunderten wenn nicht tausenden von menschen in seminaren und beratungen und einer extremen selbst beobachtung dann könnt ihr mir das in die kommentare schreiben dann gucke ich mal ob ich so ein video mache wie meiner meinung nach oder meinem gefühl nach das ego einerseits funktioniert und ich kann euch noch mehr tipps geben und notieren wie ihr diese ego fallen bemerkt ich kann vielleicht meine liste machen ich habe ja schon vieles jetzt genannt im video damit ihr es präsenter habt also um es jetzt noch mal kurz zu machen jetzt in dieser zeit gilt entspann dich ich war gerade in den bergen wandern ich habe meine energie ganz hochgefahren ich habe einen kraftort besucht das kloster yuki auf mallorca damit da werde ich dann meinen seminarteilnehmerinnen im februar hinreisen damit wir uns da auftanken können das ist so toll dort ich habe ein video bei facebook und instagram hochgeladen da zeige ich mal wie still das ist es ist unfassbar wenn sich nichts rührt dann erschrickt man sich schon fast wenn ein vogel zwitschert oder eine pflege vorbeisummt das ist so still in den bergen es ist fantastisch und so viel kraft der steine das ist ein ganz interessantes kalkgebirge da also wunderschön ich habe mich aufgeladen und wenn ich aufgeladen bin sinkt die kraft meines egos das ist der trick wenn du leer bist von energie bekommt dein ego ganz viel raum das ist als würdest du dir vorstellen die energie in deinem körper schrumpft immer mehr zusammen weil du sie auszehrst verbrennst im stress in der hektik in der angst und so weiter im mitleid verbrennen wir wahnsinnig viel energie dann schrumpft die energie im körper es sind ja nur noch so vielleicht kraft mal so in den füßen ein bisschen energie und der rest des raums wird immer mehr gefüllt mit ego und das ego greift dann auf die alten emotionen zurück das was ich eingangs sagte das was wir da unten vergraben holt es hoch präsentiert uns was wir ablehnen an uns wovor wir angst haben woran wir zweifeln und dann kriegen wir diese ganze parade von ich kann das nicht ich bin nichts wert ich bin nicht liebenswert oh gott ich bin ein schlechter mensch und 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 das kriegen wir dann alles geliefert also im unterbewusstsein aufräumen bedeutet das ego hat überhaupt nichts mehr mit dem es spielen kann und dann können wir uns in ruhe entfalten dann werden wir wirklich immer mehr zu den lichtmenschen und herzensmenschen als die wir hier auf die erde gekommen sind wir entwickeln uns quasi wieder in diese qualität mit der wir auf die erde gekommen sind und dann schließt sich der kreis und dann beginnt ein neues spiel das spiel des lebens haben wir lang genug gespielt das ist ja auch in ordnung diese wundervolle illusion hat ja viele viele abenteuer parat ich für meinen teil habe mich jetzt entschieden ich möchte das spiel des lichtes spielen auf der erde da kommt bestimmt noch das eine oder andere video zu die eine oder andere seminar idee dieses jahr wird sehr sehr speziell das weiß ich schon also ich hoffe ich konnte euch ein kleines bisschen unterstützen was diese aktionen eures egos jetzt betrifft wenn ihr also euch vom ego wieder zurück in süchte treiben lässt aus denen ihr euch gerade mühsam rausgearbeitet habt haltet inne hebt eure energie an ob das mit natur frischer luft gutem essen meditation ist mit raus aus diesen ganzen aus dem ganzen sog der gesellschaft hin zu euch in die eigene liebe ist ja holt die energie hoch fokussiert auf euch auf das was ihr wirklich wirklich wollt stellt euch eure ziele das können auch mini mini ziele sein das kann auch einfach sein mal ein tag kein alkohol zu trinken oder vielleicht auch kein fleisch zu essen oder mal nicht zu rauchen das können mini ziele sein aber stellt euch dann vor wie toll ihr euch fühlt wie großartig das ist wenn ihr geschafft habt eurem ego und jetzt mal alle weggucken die zart beseitigt sind den stinkefinger zu zeigen ja das ego will euch zurückholen in den alten morast der alten Emotionen aber euer ganzes sein strebt jetzt nach Liebe Frieden Licht und Freude lasst euch vom Ego nicht zurückziehen also wenn ihr Lust habt auf das Thema Ego noch mal ein bisschen intensiver betrachtet schreibt es mir in die Kommentare motiviert mich tüchtig ich habe in den nächsten Tagen viel viel vor und ich mache jetzt im Anschluss an dieses Video noch ein weiteres aber das werde ich dann morgen oder übermorgen posten ich liebe euch ich wünsche euch das aller allerbeste wir reiten auch diese Ego Welle wieder putzt eure Flügel erdet euch gut macht euer Licht so groß ihr könnt macht meine Lichtkraft Meditationen schaut euch die Jahresbotschaft an motiviert euch mit positiven Dingen das Ego will einfach nur durch liebt geliebt bemerkt werden und dann darf es sich wieder entspannen das wünsche ich euch alles Gute bis zum nächsten Video eure Sonja Ariel von Staden Ciao